Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einem neuen Operation Squad Sunday. Ja, heute sprechen wir mal über Gelände und Deckung. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe es ja angedeutet, wir wollen jetzt mal ein bisschen in den praktischen Teil reingehen, weil viele Sachen sind vielleicht ein bisschen unklar und von daher haben wir gedacht, okay, wir machen wie so eine Art Bootcamp, wie wir es bei Operation, äh, bei Bolt Action oder Battlegroup schon gemacht haben. Wir werden die verschiedenen Phasen einfach mal mit euch durchgehen. Heute mal das Thema Gelände und Deckung, weil gerade in den letzten Wochen ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass da der eine oder andere so ein bisschen Problemchen hatte, beziehungsweise ein besonderes Beispiel, die haben wohl sehr lange gebraucht, um das Spiel zu spielen, weil sie einfach kein Modell ausgestaltet haben, beziehungsweise es sehr lange gedauert hat. Das lag dann wahrscheinlich daran, weil ihr einfach zu viel Gelände hattet. Ähm, beziehungsweise es ist ja auch gut, also wenn, wenn, jetzt mal realistisch gesehen, wenn ihr euch taktisch im Gelände bewegt, dann ist das ja nicht so, dass ihr einfach über die Straße marschiert. Ne, wenn ihr wisst, da ihr seid im feines Land, dann geht ihr nicht einfach so über eine Straße oder, ähm, schleicht einfach durch das offene Feld. Das werdet ihr im normalen, realen Leben natürlich auch nicht tun. Von daher ist natürlich Gelände sehr, sehr wichtig und man muss es einfach auch mit nutzen. Egal, ob eine Mauer, ein Feld, egal welches Geländestück ist, bringt euch erstmal was, wenn ihr beschossen werdet. Und das ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, natürlich, ja, modifiziert sich das Ganze dann, umso mehr Geländestücke ihr habt und wenn sich dann auch noch verschiedene Geländestücke in eurer Sichtlinie befinden, dann kumuliert das und natürlich, dann ist es sehr, sehr schwierig zu treffen. Aber, das ist wiederum sehr, sehr realistisch, weil wenn ich, keine Ahnung, 50 Meter steht vor mir ein Feind und dazwischen ist eine Mauer, ein Zaun und vielleicht noch hohe Gräser oder ein kleines Feld, dann ist das für den Schützen natürlich sehr, sehr schwierig, mich zu treffen. Dann habe ich mich vielleicht auch noch irgendwie, vielleicht renne ich durch das Gelände, ja, dann ist es schon sehr, sehr schwierig, mich auch zu treffen. Von daher ist das sehr, sehr realistisch eigentlich gesehen und von daher ist auch Gelände einfach super wichtig. Ja, dann gibt es natürlich jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie wir so einen Spieltisch gestalten. Ich schicke euch mal aufs Feld und zwar haben wir hier das modulare Spielfeld. Ihr seht schon, wir haben hier die verschiedensten modularen Geländestücke. Felder, Straße, Hecke, Häuser, Barrikaden, große, dichte Felder, Wälder. Das ist natürlich immer sehr, sehr praktisch, weil ihr könnt natürlich euer Spielfeld gestalten, wie ihr wollt. Aber es gibt natürlich auch feste Spieltische. Ihr erinnert euch bestimmt an unsere Quarantanplatte, die tatsächlich auch noch ausgebaut wird. Aber das ist natürlich festes Gelände. Da haben wir wirklich fest installiertes Gelände, da kann man auch nichts mehr schieben. Von daher ist natürlich modulares Gelände, wie ihr es hier seht, ist es natürlich sehr, sehr praktisch. Gerade für die verschiedenen Szenarien, Missionen, ist natürlich modulares Gelände top. Wir haben im Buch auf Seite 16 eine kleine Tabelle bzw. ein kleines Diagramm, wie ihr das am besten machen könnt. Da ist ein kleines, ja von 1 bis 9 ist das Spielfeld aufgeteilt in kleine Quadrate und da 1 bis 4 Geländestücke pro Quadrat. Das macht dann schon Sinn. Da könnt ihr das sehr fair aufteilen und da könnt ihr euch so ein bisschen dran halten. Aber natürlich, das ist nur so eine grobe Richtlinie. Ihr könnt natürlich euer Spielfeld gestalten, wie ihr wollt und natürlich der Mission anpassen. Solltet ihr irgendein bestimmtes Szenario im Kopf haben und ihr braucht halt einfach ganz viel Wald, naja, dann spielt halt mit ganz viel Wald. Vielleicht habt ihr den Spielbericht gesehen, wo wir Band of Brothers nachgespielt haben, der Wald um Feu und Bastogne. Da haben wir ja auch eine ganze Waldplatte gehabt und da haben wir gesagt, okay, die ganze Platte ist halt Wald. Das heißt, es gibt automatisch immer Deckung, also mindestens ein W6 durch den Wald. Das könnt ihr natürlich so gestalten, wie ihr wollt und solltet das natürlich immer mit eurem Spielpartner absprechen. Aber ich würde sagen, wir gucken uns doch einfach mal die verschiedensten Geländestücke an. Auf dem Playsheet habt ihr eine Tabelle. Das ist die Tabelle für Gelände und Deckung und dort ist erstmal erklärt, was ist das für ein Gelände. Also quasi erklärt, was ist das für ein Gelände wirklich. Ist es ein Feld, ein Wald, ein Haus, eine Mauer, ein Zaun? Und dann ist es erklärt, ist es ein lineäres Hindernis oder ist es eine Fläche? Hier, das gucken wir uns gleich mal im Genauen an. Dann haben wir natürlich die Deckungstabelle. Wie viel Deckung gibt uns denn dieses Gelände? Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf den Tisch und schauen uns mal die verschiedenen Sachen an. So, ich habe hier einiges vorbereitet. Wir gehen einfach mal die gesamte Tabelle durch. Und zwar geht es hier los mit Barrikaden, Fässer und Zäune. Das ist also ein lineäres Hindernis. Lineär heißt immer Mauer, Barrikade, ein lineäres Hindernis. Das heißt, das Modell kann sich dahinter verstecken. Es befindet sich nicht in einem Deckungsbereich, sondern die Deckung gilt tatsächlich nur dort, wo auch die Barrikade die Sicht behindert. Das heißt, wenn wir von hier angreifen, hat das Modell definitiv Deckung. Sollten wir aber von hier angreifen, dann steht es zwar trotzdem an der Deckung, aber hat natürlich nicht den Deckungsbonus. Also da ist das der Unterschied zwischen Deckungsbereich und lineärem Hindernis. Anders natürlich hier die Airborne-Infanterie. Die befindet sich in einem Deckungsbereich. Das heißt, das Modell steht hier vorne und möchte auf einen Infanteristen hier in dem Feld schießen. Da kriegt jedes Modell natürlich Deckung, weil es in einem Deckungsbereich ist. Das müsst ihr am besten auch vor dem Spiel einfach auch ganz klar definieren, mit eurem Spielpartner absprechen. Man kann sagen, okay, das Feld ist definitiv ein Deckungsbereich. Der Wald ist definitiv ein Deckungsbereich. Wobei bei diesem Wald zum Beispiel kann man sich jetzt auch wieder streiten. Man kann jetzt sagen, okay, das hier oben ist Deckungsbereich. Das hier ist aber wiederum offener Bereich. Also da kann man natürlich, das müsst ihr halt vor Spielbeginn natürlich einfach ganz klar definieren. Das heißt, wir haben also Barrikaden, Fässer und Zäune. In dem Fall diese Barrikaden hier, Zäune habe ich jetzt gerade nicht, aber wir hätten hier vielleicht noch den Schweinestall als Beispiel. Hier haben wir natürlich auch einen Zaun und wenn sich hier hinter einem Modell versteckt, dann haben wir natürlich hier den Zaun und hier die Barrikade. Das ist ein lineäres Hindernis und gibt ein W6-Deckung. Als nächstes haben wir den Wald. Das ist natürlich ganz klar eine Deckungsfläche und wir können es direkt definieren, über den Baserand quasi. Also alles, was in diesem Base oder auf diesem Base sich befindet, bekommt diesen Deckungsbonus. Ein Wald gibt zwei W6-Deckung. Als nächstes haben wir einen Bunker. Den habe ich jetzt leider nicht da, aber dieser gibt drei W6-Deckung. Und natürlich, was ich gerade noch vergessen habe, es behindert natürlich auch die Art der Bewegung. Bei der Infanterie ist das fast alles bis zu minus ein W6. Das heißt, ihr würfelt einfach einen Würfel und zieht das von eurer Bewegungsreichweite ab. Dann haben wir Felder. Ganz klare Fläche, habe ich gerade schon erklärt. Ein W6 in der Bewegung weniger und wir kriegen ein W6 zusätzliche Deckung. Dann hätten wir dichte Vegetation. Würde ich jetzt zum Beispiel dieses Feld ansehen. Das ist schon eine sehr dichte Vegetation, aber auch natürlich gerade so Dschungelgeschichten und sowas ist alles dichte Vegetation. Ist auch eine Fläche. Wir bekommen ein W6-Abzug und wir bekommen ein W6-Deckung. Dann haben wir Gebäude. Die verschiedensten Arten von Gebäuden, da könnt ihr natürlich auch definieren. Hier geht man jetzt erstmal von einem Steingebäude aus. Ihr könnt natürlich auch sagen, okay, wenn es Holzgebäude sind, wie zum Beispiel so eine Scheune hier, dann könnt ihr vielleicht auch sagen, okay, vielleicht ist das nicht 2 W6, vielleicht ist das sogar nur ein W6. Das ist aber euch überlassen, das könnt ihr ganz frei selbst entscheiden. Wir gehen jetzt erstmal von ganz normal 2 W6-Deckung aus. Das heißt, ihr kriegt zwei Würfel zusätzlich zur Deckung. Mauern. Ganz klar, aus Stein. Auch hier ist es ein lineäres Hindernis, also wie bei der Barrikade. Das heißt, wenn das Modell dahinter steht, bekommt ihr Deckung. Sollte aber jemand von der Seite kommen, bekommt ihr diesen Deckungsbonus nicht. Mauer ist 2 W6-Deckung. Ruinen behandeln wir ebenfalls wie Steingebäude, aber auch da könnt ihr wieder einen Unterschied machen. Okay, vielleicht sind das ja irgendwelche Holzeruinen oder sowas. Ganz klar, wenn die Holzscheune vielleicht eine Ruine ist, dann könntet ihr natürlich auch ein W6 geben. Dann haben wir Sandsäcke und Gräben. Sind wiederum lineäre Hindernisse, also wie Barrikaden, Hecken, Zäune. Geben aber 2 W6-Deckung. Auf der einen Seite natürlich die Sandsackstellungen sind immer ein bisschen besser geschützt. Und natürlich, wenn wir in einem Graben sind, sind wir auch viel, viel besser geschützt. Hecken. Hecken sind ganz klar lineäre Hindernisse und wir bekommen ein W6-Abzug in der Bewegung und wir bekommen auch nur ein W6-Deckung. Da geht man jetzt von normalen Hecken aus. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir zum Beispiel in einer Erweiterung für die Normandie zum Beispiel das Thema Bokaschhecken angehen werden. Eine Bokaschhecke ist definitiv viel, viel dichter als eine normale Hecke. Und wer vielleicht schon mal in der Normandie war und sich mal eine richtige Bokaschhecke angeguckt hat, da kommt ihr als Infanterist nicht durch. Keine Chance. Niemals. Selbst in Fahrzeugen. Schwierig. Radfahrzeuge definitiv auf gar keinen Fall. Panzer, ja, es gab ja dann auch noch diese Heckenscheren extra für die Shermans zum Beispiel. Da kann man sich drüber streiten, aber ich würde sagen, für eine Bokaschhecke unpassierbar. Und da müssen wir uns, glaube ich, nochmal neue Regeln einfallen lassen. Hier ist jetzt nur die ganz normale Hecke. Das wird halt diese ganz normale grüne Hecke sein, die am Feldweg steht oder am Häuschen oder so. Das ist halt einfach nur eine ganz kleine, dünne grüne Hecke. Von daher, Bokasch-Regeln werden wir definitiv noch einführen. Dann haben wir Straßen und Wege. Das muss natürlich auch ganz klar definiert sein. Wir haben hier weder ein lineäres Hindernis noch eine Fläche. Wir bekommen aber auch keine Deckung auf der Straße, aber wir bekommen plus eins zusätzliche Bewegung. Bei Fahrzeugen natürlich noch mehr. Wir reden hier in dem Fall nur von Infanterie. Im Fahrzeugteil sind wir jetzt noch nicht angekommen. Das heißt, wir behandeln hier nur reine Infanterie. Dann gibt es natürlich roughen und felsigen Boden, ungleichmäßiger Boden und felsiger Boden. Es ist auf jeden Fall eine Fläche und wir bekommen dort ein W6-Abzug in der Bewegung. Beim ungleichmäßigen Boden bekommen wir ein W6-Deckung dazu und beim felsigen Boden sogar kriegen wir zwei W6-Deckung. Ja, das waren jetzt erstmal ganz grob die verschiedenen Deckungsarten. Jetzt gibt es aber noch, ich hatte es vorhin schon erwähnt, Deckung ist kumulativ. Das heißt, es rechnet sich auf. Nicht irgendwie wie bei anderen Spielen, wo nur eine Deckung gilt, sondern hier ist es tatsächlich so, dass jede Deckung zählt. Aber wir gucken es uns mal genauer an. Hier seht ihr ein Feld, eine Steinmauer, eine Straße und Barrikaden. Nun möchten die Deutschen auf die Amerikaner feuern. Jetzt haben wir das Problem, dass wir hier eine Straße, eine Mauer und ein Feld haben. Straße haben wir gerade gelernt, eine Straße gibt keine Deckung. Aber die Mauer gibt uns zwei Würfel in der Deckung. Sie stehen aber außerdem in einem Feld, in einem Deckungsbereich. Das heißt, sie bekommen ebenfalls noch einen Würfel dazu. Das heißt, sie bekommen drei Würfel zu ihrem Verteidigungshof. Andersrum, die Amerikaner möchten auf die Deutschen schießen. Die stehen in einem Feld, das gibt keine Deckung für die Deutschen. Sie stehen aber vor einer Mauer, zwei bis sechs. Und sie stehen hinter einer Barrikade, ein bis sechs. Also haben sie ebenfalls drei Würfel zur Verteidigung. Das heißt, die ganzen Geländetypen summieren sich auf. Wenn es jetzt zum Beispiel so eine Situation geben würde, nehmen wir mal an, und die Deutschen stehen hier im Offenen, dann hätten wir die Barrikade, die Mauer und das Feld. Wenn nun die Deutschen auf die Amerikaner feuern möchten, bekommen die Amerikaner ein Würfel für die Barrikaden, zwei Würfel für die Mauer und ein Würfel für das Feld. Also es ist unfassbar schwierig, hier einen Soldaten auszuschalten. Wir könnten ja jetzt einfach mal ein paar Beispiele durchspielen und einfach mal gucken, okay, wie sehen denn dann eigentlich solche Würfelergebnisse aus. Nehmen wir mal an, ein Deutscher möchte mit seinem ganz normalen Karabiner auf diesen Soldaten feuern. Dieser Soldat hat sich in der Runde vorher oder in seiner letzten Aktion schnell bewegt. Das heißt, er bekommt schon mal einen Würfel extra, weil er sich schnell bewegt hat. Er befindet sich in einem Feld, ein W6 extra. Und eine Steinmauer befindet sich ebenfalls zwischen der Sichtlinie. Nun möchte der Soldat feuern, gehen wir davon aus, es ist mittlere Reichweite, er kriegt vielleicht noch plus drei auf seine Waffe. Er hat einen TW, sagen wir mal, von vier. Dann sind wir schon bei sieben und er bekommt natürlich seine ganz normalen drei Würfel. So, wir haben also plus sieben, wir sind bei vier, fünf, sechs, sieben, das heißt, wir sind bei vierzehn. Vierzehn in der Gesamtsumme und vier Würfel dürfen dagegen geworfen werden. Oh, das ist ein sehr schlechter Wurf, das ist nur eine acht. Wir sind dann aber trotzdem, vierzehn minus acht ist sechs, also ist in dem Fall nichts passiert. Jetzt machen wir das Ganze mal ohne Mauern, das heißt, wir bekommen nur den Würfel für die schnelle Bewegung und den Würfel für das Feld. Wir haben wieder die plus sieben, plus drei Würfel, wir haben eine zehn, vierzehn, siebzehn, das ist schon besser. Minus, okay, minus elf, das ist natürlich in dem Fall auch nichts, das ist ein guter Verteidigungswurf. Also, ihr seht schon, da passiert erstmal nicht so viel, weil natürlich Deckung und verschiedene Zustände da eine große Rolle spielen. Machen wir jetzt aber mal ein anderes Beispiel. Dieses Modell hat sich ganz normal bewegt, befindet sich im Offenen, wir sind jetzt sogar vielleicht auf kurze Distanz, das heißt, der Karabiner bekommt dort plus sechs, plus sein TV, plus vier, sind wir schon mal bei einem Grundwert von zehn. Er wirft drei wie sechs dazu. Wir sind bei neun, wir sind bei elf, wir sind bei einer Zahl von 21. Und dieses Modell kann jetzt nichts machen, kann nichts dagegen würfeln, weil er hat weder irgendeinen Zustand, noch befindet er sich in Deckung. Also, mit 21 ist das Modell direkt ausgeschaltet. Also, ihr seht schon, dass Deckung unfassbar wichtig ist. Wie gesagt, es ist sehr realistisch. Also, ich finde es sehr, sehr realistisch, weil wir bewegen uns natürlich, wenn wir uns taktisch bewegen, nicht im offenen Gelände. Beziehungsweise, wenn, dann schnell und haben bestimmte Zustände. Entweder wir bewegen uns schnell über das Gelände oder wir bewegen uns langsam mit dem Gelände. Und so haben wir vielleicht einen verborgenen Marker zum Beispiel. Das heißt, wir schleichen so ein bisschen über das Spielfeld. Wenn ihr einfach offen, ohne irgendwelche Zustände, über das Spielfeld, dann ist das eigentlich schon euer Tod. Gut. Das heißt, wenn wir zum Beispiel diesen Airborne-Schützen nehmen würden und er hat sich jetzt vielleicht hier über das freie Feld bewegt, schnelle Bewegung, der Deutsche hat immer noch die plus 10, würfelt seine Würfel. Wir haben 4, 6, 8. Wir haben also eine 18 in der Gesamtergebnis. Nun haben wir aber wenigstens einen Würfel dagegen und können das ein bisschen negieren. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben eine 6, 18 minus 6 sind 12 und somit ist das Ziel nur angeschlagen. Das heißt, dadurch, dass wir schon einen Zustand jetzt dran gelegt haben, haben wir das Modell tatsächlich gerettet. Also, es ist angeschlagen, es hat nicht mal eine Wunde davon getragen. Von daher, Zustände sind ultra wichtig, wenn ihr euch frei über das Spielfeld bewegt. Ebenfalls ein guter Zustand ist natürlich verborgen. Hier in dem Fall der grüne Marker mit dem durchgestrichenen Auge. Wie funktioniert das? Wir können ein Modell mit einer vorsichtigen Bewegung bewegen. Dadurch darf es sich 10 cm bewegen und wenn es das tut und sich dann auch noch in einen Deckungsbereich oder hinter einem lineären Hindernis bewegt, bekommt es diesen Zustand. Was bringt mir jetzt in diesem Fall dieser verborgene Marker? Wenn ich mich mit diesem Marker auf offenem Feld befinde, dann bringt er mir gar nichts. Allerdings, wenn ich jetzt zum Beispiel mich in dieses Feld bewege und ich habe diesen verborgenen Marker, dann muss mein Gegner, wenn er auf mich feuern möchte, muss er mich als erstes aufklären. Wenn er das dann geschafft hat, dann kann er natürlich trotzdem auf mich feuern, aber ich kann seinen höchsten Wurf wiederholen. Sprich, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir nehmen jetzt an, er kriegt jetzt einen Würfel für die Deckung. In dem Fall das Feld. Der möchte feuern, wir haben mittlere Reichweite, wir haben also plus 3, seinen taktischer Wert plus 4. Hier sind wir bei 7, er würfelt seine 3 wie 6. Wir sind bei 12, oh Gott, wir sind bei 17 plus 7, habe ich gesagt, sind wir also bei 24. Nun kann ich aber aufgrund dieses verborgenen Markers einen seiner Würfel, also den höchsten Würfel von ihm, wiederholen. Das möchte ich natürlich in diesem Fall. Ja gut, das bringt uns jetzt nicht viel. Wir sind trotzdem bei 23, wir haben einen Würfel dagegen. 23 minus 4 ist nur 19. Gut, in dem Fall hat es uns nichts gebraucht. Aber vielleicht ist ja schon beim Aufklären was schief gegangen. Das heißt, das Modell konnte den Feind gar nicht ausmachen. Aber ihr seht schon, verschiedene Zustände bringen halt durch Gelände einfach noch eine ganze Menge. Ja, ich hoffe, ich konnte euch in dem Thema ein bisschen weiterhelfen. Also es ist einfach unfassbar wichtig, Gelände auf dem Spielfeld zu haben. Und gewöhnt euch da dran, dass Einheiten nicht so schnell ausgeschaltet werden wie bei anderen Systemen. Weil einfach Deckung halt einfach sehr, sehr wichtig ist und es auch realistisch ist. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel Bolt Action. Wenn wir Bolt Action spielen, dann haben wir weiche Deckung, harte Deckung. Das ist das Einzige, was wir haben. Und das zählen wir zu unserem Würfelwurf mit hinzu. Beziehungsweise addieren das ab. Beziehungsweise der Würfelwurf wird ja dann schwerer. Wenn ich meinetwegen, ich habe bei Bolt Action, treffe ich immer auf die 3. So, dann habe ich halt das, ja, ich bin bewegt. Treffe ich auf die 4. Leichte Deckung auf die 5. Beziehungsweise schwere Deckung auf die 6. So, dann habe ich dann meine Würfel dagegen, kann würfeln und jede 6 ist ein Treffer. Es ist einfach ein Ticken realistischer. Ich habe es ja jetzt eben schon ein paar Mal erklärt. Keiner bewegt sich über das offene Feld. Sondern wir bewegen uns mit dem Gelände, verborgen im Gelände oder wir bewegen uns schnell im Gelände. Also das heißt, wir müssen die Deckung auch einfach ausnutzen. Das ist schon etwas taktischer, vielleicht wie manch andere Spiele. Von daher, ihr müsst euch da einfach ein bisschen dran gewöhnen, dass es tatsächlich auch mal schwierig sein kann, Gegner auszuschalten. Aber, wie gesagt, wenn der Fight im Offenen ist, sehr, sehr leicht ist. Ja, in der nächsten Folge kümmern wir uns dann mal um das Thema Aktivierung, Initiative, Prioritätswurf. Ich glaube, das ist auch immer noch so eine Sache, wo einige ihre Probleme mit haben. Auch da tauchen immer mal wieder Fragen auf. Das werden wir dann in der nächsten Folge klären. Und so arbeiten wir uns dann Schritt für Schritt durch das Regelbuch, bis wir dann alles durch haben. Das heißt, wir werden die verschiedensten Beschussarten mal durchführen. Wir werden mal ein bisschen Mörser schießen, wir werden ein bisschen Granaten feuern. Wir werden natürlich dann auch mal mit dem Thema Fahrzeuge beginnen. Was für viele von euch auch sehr wichtig ist. Ja, bis wir dann zum Ende angekommen sind und wir dann wirklich alles versucht haben zu erklären. So, falls ihr jetzt weitere Fragen habt zum Thema Deckung und Gelände, schreibt es gerne mal in die Kommentare oder bei Discord. Die Community ist da inzwischen auch schon sehr, sehr fit, was das angeht. Also auch da sind schon Leute dabei, die euch auf jeden Fall helfen können. Vielen Dank an dieser Stelle an einige Leute aus dem Discord. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Schaut gerne mal bei uns im Shop vorbei, falls ihr das Regelbuch noch nicht habt. Falls ihr noch Miniaturen und Fahrzeuge braucht, könnt ihr das natürlich auch bei uns im Shop gerne mal stöbern. Wir haben tolle neue Sachen von Artisan. Beziehungsweise heute, wenn ihr das Video seht, kann sein, dass es schon da ist. Wir haben nämlich die zweite Welle von Artisan. Ist auf jeden Fall auf dem Weg. Vielleicht sind sie auch schon da. Also, bis zum nächsten Mal. Dankeschön und Tschüss. Musik